Freundinnen und Freunde der Astrologie, zwei gute Nachrichten haben wir zu Jahresbeginn. Glücksplanet Jupiter wandert ins Zeichen Fische, wo er seine wohltätigen Kräfte besonders gut entfalten kann. Und die andere gute Nachricht ist, dass der Revolutionsaspekt zwischen Saturn und Uranus, der uns das ganze letzte Jahr und nochmal ganz heftig im Dezember in Atem gehalten hat, sich nun langsam wieder auflöst. Das und mehr schauen wir uns gleich in diesem Video an und natürlich die Tendenzen im Januar für die 12 Sternzeichen. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zum ersten Monatshoroskop des Jahres 2022 mit den Tendenzen im Januar für die 12 Sternzeichen. Die Timecodes, wann euer Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung, ganz unten unter dem Horoskop-Beshop. Es gibt in diesem Video viele wichtige Dinge zu besprechen. Die Venus-Pluto-Affäre, den Neujahrs-Neumond und den Wechsel von Glücksplanet Jupiter am 29. Dezember 2021 ins Zeichen Fische, was eine spürbare Veränderung der kosmischen Energie mit sich bringt. Außerdem wechseln auch die Schicksalsanzeiger Mondknoten das Zeichen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch Geschenke und auch eine Gewinnerin, nämlich aus der Verlosung im Jahreshoroskop. Eine persönliche Jahresvorschau geht an D. Huser. Herzlichen Glückwunsch, liebe D. Es freut mich voll, dass du meine astrologischen Infos auch in der Therapie nutzt. Bitte schreib uns deine E-Mail mit deinen Geburtsdaten und Geburtsort an die unten eingeblendete Adresse service-at-antonialangsdorf.com, damit wir dir deinen Gewinn zusenden können. Jetzt zum Neujahr habe ich auch wieder ein Geschenk für euch. 30% Neujahrsrabatt auf das schriftliche Geburtshoroskop und der Gutscheincode ist Sterne 2022. Der Rabatt gilt bis zum 15. Januar und mehr Infos dazu gibt es hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr ein persönliches Geburtshoroskop auch in der Verlosung vom Januar gewinnen. Und wie das geht, das erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil. Jetzt wollen wir in die Konstellationen für den Januar schauen und anschließend dann für die 12 Sternzeichen. Eine wichtige neue kosmische Energie ist Glücksplanet Jupiter in den Fischen. Und zwar vom 29. Dezember 2021 bis 11. Mai 2022 und auch nochmal im November und Dezember 2022. Jupiter gilt ja als Wohltäter und im Zeichen Fische kann er seine Kräfte besonders gut entfalten. Vor allem, wenn es um Themen wie Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Zusammenhalt und ganz konkret auch Krankenpflege und Zuwendung geht. Alle diese Bereiche sollten jetzt einen Aufschwung erleben. Jupiter in den Fischen begünstigt außerdem den Geldfluss und Hilfsprojekte. Das heißt, wahrscheinlich werden in den nächsten vier Monaten auch nochmal Hilfsgelder an Bedürftige ausgeschüttet. Die zweite gute Nachricht ist, wie eingangs schon erwähnt, dass der Konfliktaspekt zwischen Uranus und Saturn sich jetzt langsam auflöst. Das lässt hoffen, dass die Auseinandersetzungen zwischen Gruppierungen mit unterschiedlichen Meinungen sich abschwächen und die Menschen das Bedürfnis spüren, freundlicher und liebevoller miteinander umzugehen. Außerdem beschäftigt uns weiterhin die Venus-Pluto-Affäre. Der Fokus geht jetzt mehr auf seelische Themen, Liebesthemen und auch Finanzthemen. Und alle diese Bereiche werden durch die Mondphasen, besonders den Neumond am 2. und den Vollmond am 18. Januar aktiviert. Obwohl die Sonne im nüchternen Steinbock steht, schätze ich, dass es deswegen ein recht emotionaler Monat wird. Zum Glück aber auch mit durchaus romantischen Tendenzen. Denn die Steinbock-Venus und die Steinbock-Sonne erhalten in der ersten Monatshälfte einen liebevollen Aspekt von Neptun. Das heißt, wir sind offen für romantische Gefühle und für die Bedürfnisse unseres Herzens. Außerdem werden diese romantischen Gefühle von Jupiter verstärkt. Wichtig ist, dass wir behutsam mit Gefühlsangelegenheiten umgehen, denn sie können eine langfristige Wirkung haben. Also die Sterne raten zum Beispiel zur Vorsicht mit kurzfristigen Affären oder One-Night-Stands, ganz abgesehen von der sowieso bestehenden Distanzierungsanweisung wegen Corona. Nicht nur die Ansteckungsgefahr ist erhöht, auch seelisch können unbedachte Liebesabenteuer uns jetzt verwunden. Und das sollten wir uns überlegen, ob wir das wollen. Das Vertrauen muss stimmen, dann geht alles. Zum Beispiel auch neue Dimensionen der Erotik ausloten. Aber alles, was nach Manipulation riecht, ist jetzt sehr heikel und kann böse nach hinten losgehen. Wer zur Eifersucht neigt und ein großes Kontrollbedürfnis hat, wird mit der Schattenseite dieser Emotionen konfrontiert. Auf der anderen Seite haben wir nun die Gelegenheit, zwischen echter Liebe und Besitzdenken zu unterscheiden und zu erkennen, welche Beziehungen uns gut tun und welche nicht. Ein anderer wichtiger Effekt der rückläufigen Venus kann sein, dass Verflossene aus der Vergangenheit sich wieder melden. Das kann zu Komplikationen führen, wenn einer oder beide bereits neue Beziehungen haben. Es kann aber auch sein, dass beide nun erkennen, dass sie noch Gefühle füreinander haben und einen Neustart wagen. Das hängt sehr von der aktuellen Beziehungssituation ab. Auf der ganz praktischen Ebene gibt es auch einiges zu beachten. Die Venus ist ja nun rückläufig bis zum 29. Januar und am 14. Januar wird auch der Merkur rückläufig, und zwar bis zum 4. Februar. Das heißt, dass wir im gesamten Januar sehr umsichtig und sorgfältig vorgehen müssen, wenn wir neue Vorhaben beginnen oder sogar einen Vertrag unterschreiben. Am besten wäre es, wir könnten Unterschriften oder Anschaffungen verschieben bis nach dem 4. Februar. Aber das geht ja nun nicht immer. Deshalb ist der Tipp der Sterne, bei allen Vereinbarungen und Verträgen das Für und Wider genau abzuwägen und darauf zu achten, dass man alle Informationen vorliegen hat. Das Problem mit der rückläufigen Venus ist, dass sich die Bewertung einer Angelegenheit nochmal verändern kann oder dass finanzielle Erwägungen sich nochmal ändern. Jemand könnte einen Vertrag nachbessern wollen oder nachträglich die vereinbarte Bezahlung ändern wollen, sowas in der Art. Und unter der rückläufigen Venus sollte man auch möglichst keine Schönheitstermine mit langfristigen Auswirkungen machen, also chirurgische Eingriffe oder auch einfach sowas wie die Haarfarbe ändern. Es könnte sein, dass es einem hinterher doch nicht gefällt oder dass es schief geht. Bei Merkur ist das Problem eher, dass Informationen fehlen oder falsch sind. In beiden Fällen muss man damit rechnen, dass Vertragspartner es sich nochmal anders überlegen oder einen Rückzieher machen oder ihre Meinung nochmal ändern. Der Januar ist bestimmt auch eine Zeit, wo viel umgetauscht und zurückgesendet wird. Wenn ihr das macht, dann am besten in der ersten Monatshälfte. Was die Gesundheit und das Corona-Geschehen angeht, haben wir im Januar nochmal einen kritischen Aspekt mit Mars. Und zwar circa vom 6. Januar bis zum 18. Januar. In dieser Zeit solltet ihr das Glück nicht herausfordern und nicht leichtsinnig sein. Und wenn ihr euch für euch selbst sicher fühlt, dann denkt bitte an andere, denen es vielleicht nicht so gut geht. Mars, der auch für die Immunabwehr steht, bildet nämlich eine Spannung zu Neptun. Und der symbolisiert in dem Falle versteckte und unsichtbare Feinde, also Viren und Keime. Und das bedeutet, im allgemeinen Immungeschehen geht es hoch her. Möglich auch, dass einfach die Panik und die Angst vor den Erregern größer ist als die Gefahr, die sie tatsächlich bilden. Mars steht ja im Schützen und da werden Angelegenheiten gerne dramatischer dargestellt, als sie wirklich sind. Und die Rückläufigkeit Merkurs ab dem 14. Januar kann auch dazu beitragen, dass wieder viele Falschmeldungen kursieren. Wir müssen also ganz genau hinschauen und uns gründlich informieren. Auf jeden Fall hilft es, wenn wir gut aufeinander Acht geben. In der Nacht zum 18. Januar haben wir Vollmond im Krebs und der aktiviert dann nochmal die Konstellation der Venus-Pluto-Affäre. Dadurch kann uns bewusst werden, welche Beziehungen gut für uns sind und welche nicht. Und an diesem Tag wechseln auch die Schicksalsanzeiger Mondknoten die Zeichen. Von der Zwillinge-Schütze-Achse auf die Stier-Skorpion-Achse und zwar für die nächsten eineinhalb Jahre. Der aufsteigende Mondknoten im Stier bedeutet, dass Stier-Themen wie Nachhaltigkeit, Ernährung, Naturverbundenheit und Umweltschutz ganz stark in den Fokus rücken. Das ist besonders wichtig und hilfreich im Hinblick auf den Klimawandel. Außerdem werden sich Stiergeborene hervortun, die uns auf diesem Weg wertvolle Impulse geben. Der absteigende Mondknoten im Skorpion fordert uns auf, von fixen Vorstellungen, wie Dinge zu sein haben, loszulassen und offener für neue Entwicklungen zu werden. Ich bin darauf in meinem Jahrbuch genauer eingegangen und ich kann euch an dieser Stelle ein interessantes Online-Webinar empfehlen. Das ist am 14. Januar an meinem Geburtstag und ich werde einen Vortrag über die Mondknoten halten. Die Veranstaltung heißt Trends 2022 und eine Reihe von Top-Astrologen werden ihre Einschätzung zum neuen Jahr abgeben. Darunter auch mein Ehemann, der Wirtschaftsastrologe Ray Merriman und sein Vortrag wird auch auf Deutsch übersetzt. Ich verlinke euch diesen Vortrag unten in der Videobeschreibung und auch hier auf der Infokarte. Und mehr Infos dazu gibt es auch im Service-Teil. Ein weiterer wichtiger Übergang im Januar ist auch der Wechsel von Mars aus dem Schützen in den Steinbock am 24. Januar. Die astrologische Tradition besagt, dass der Mars im Steinbock erhöht steht und tatsächlich hat die Erfahrung gezeigt, dass er sich im unwegsamen und felsigen Gipfelgebiet des Steinbocks sehr gut entfalten kann. Mars im Steinbock bringt meistens ehrgeizige Phasen, in denen wir besonders produktiv sind. Gleichzeitig mit diesem Energiewechsel beginnt eine interessante Zeit vom 25. Januar bis zum 4. Februar. Das ist die sogenannte stationäre Phase der Venus, die am 29. Januar wieder direktläufig wird. In dieser Zeit tut sie sich zusammen mit Innovationsplanet Uranus und das ist ein interessanter spekulativer Finanzaspekt. Ist aber nur was für Profis. Wenn ihr euch nicht auskennt, lasst lieber die Finger davon. Für die Liebe ist diese Zeit auch sehr spannend. Das könnten sich äußerst prickelnde neue Affären ergeben oder in bestehenden Beziehungen kommt man auf ausgefallene Ideen, die das Liebesleben bereichern können. Die stationäre Venus-Phase geht dann über in die stationäre Phase von Merkur vom 1. bis zum 8. Februar. Ich schätze mal, dass deshalb der Monatswechsel Januar-Februar eine Zeit großartiger Ideen ist. Die sollten wir erstmal nur mit Vertrauten besprechen, aber ab dem 8. Februar, wenn die kosmische Lage sicherer ist, lassen sich bestimmt einige dieser Ideen gut umsetzen. Haltet auf alle Fälle mal ein Notizbuch oder Smartphone bereit, um eure Einfälle zu notieren. Mehr zu den Konstellationen des Neumonds und Vollmonds und natürlich auch, wie die sich in euren Sternzeichenhoroskopen auswirken, findet ihr am Ende dieses Videos in dem Sternzeichenteil und außerdem auch in meinem Video zum Neujahrsneumond. Und jetzt kommen wir zu den Horoskopen für die 12 Sternzeichen und Aszendentenzeichen und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr wunderbaren Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Der Neujahrsneumond am 2. Januar aktiviert euer Karrierehaus. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr das jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zu euren Konstellationen. Wenn ihr zu Neumond meditiert oder ein Ritual abhaltet, bietet sich als Thema an, welche Ziele ihr im Leben habt und wie ihr euch beruflich aufstellen wollt. Denkt ruhig schonungslos darüber nach, was gut läuft und was nicht und was ihr euch wirklich wünscht. Pluto fördert tiefe Einsichten. Es wäre schon ideal, wenn ihr eine berufliche oder gesellschaftliche Aufgabe hättet, von der ihr so richtig überzeugt seid. Denn dann könnt ihr für eure Vorhaben viel mehr Kraft freisetzen. Die Konstellation kann auch bedeuten, dass Vorgesetzte oder Auftraggeber ein emotionales Problem mit euch haben. Das solltet ihr auf keinen Fall persönlich nehmen, denn es liegt vermutlich nicht an euch. Bleibt einfach freundlich und sprecht erstmal nicht an, welche Veränderungen und Verbesserungen ihr euch wünscht. Ende Februar ist ein wesentlich besserer Zeitpunkt, um eure Forderungen geltend zu machen. Bis zum 24. Januar hilft euch Mars im Schützen dabei, eure Aufgaben ordentlich zu erledigen und zu zeigen, dass man sich auf euch verlassen kann. Die rückläufige Venus befindet sich ebenfalls bei euch im Karrierehaus. Das heißt, es kann zu Schwierigkeiten bei Neubewertungen oder mit Vertragsangelegenheiten kommen. Wenn zum Beispiel das Budget besprochen wird, könnt ihr davon ausgehen, dass das hinterher nochmal nachgebessert werden muss. Der Monat ist auch nicht ideal, um nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Für spirituelle Widder, vor allem auch die Widder-Ascendenten, ist interessant, dass Glücksplanet Jupiter für die nächsten vier Monate im Bereich des Rückzugs und der Spiritualität steht. Dort ist er sowas wie euer innerer Schamane oder innerer Führer. Deswegen öffnet euch für eure innere Stimme und achtet auch darauf, ob ihr vielleicht im Traum wichtige Glücksbotschaften erhaltet. In der Liebe läuft es wahrscheinlich gut bei allen, die verlässliche und vertraute Beziehungen haben. Ihr solltet auf jeden Fall in den ersten drei Wochen des Monats gemeinsam Pläne machen und aktiv werden. Am liebsten würdet ihr natürlich verreisen, aber das ist ja wieder mal kompliziert und von Einschränkungen erschwert. Dann macht doch zum Beispiel einen Ausflug, geht zusammen wandern oder kocht gemeinsam. Am besten ein exotisches neues Rezept oder spielt gemeinsam ein anspruchsvolles Abenteuerspiel. Singles auf der Suche sollten vorsichtig mit Flirts im beruflichen Bereich sein. Die haben ein Potenzial, sich kompliziert zu entwickeln. Wenn da wirklich große Gefühle im Spiel sind, haltet auf jeden Fall das zunächst geheim bis Ende Februar. Danach wird es leichter, eine solche Verbindung öffentlich zu machen. Möglich auch, dass ihr im beruflichen Zusammenhang jemanden wiedertrefft, mit dem ihr mal was hattet. Wenn das Gefühle auslöst, solltet ihr euch da erstmal bedeckt halten, damit es kein Gerede gibt oder euch das womöglich beruflich schadet. Ein anderer Bereich, der im Januar besondere Aufmerksamkeit verdient, ist euer Freundeskreis und auch euer berufliches Netzwerk. Da gingen die Meinungen vermutlich im Dezember öfter auseinander. Es sieht so aus, als ob Mitte Januar einige dieser Themen nochmal angesprochen werden. Und wenn ihr die dann klären wollt, kann es darüber zu Missverständnissen kommen. In dem Bereich wird nämlich am 14. Januar der Merkur rückläufig. Und zwar bis zum 4. Februar. Wundert euch also nicht, wenn es noch ein bisschen dauert, ehe man sich wieder einigt. Zuerst genügt es vielleicht, wenn ihr euch gegenseitig zu verstehen gebt, dass ihr gesprächsbereit seid und euch freut, euch wieder anzunähern. Aber habt noch Geduld. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar aktiviert nochmal eure Karrierethemen und wie ihr dazu seelisch eingestellt seid. Gut möglich, dass ihr in der Vollmondphase nicht schlafen könnt, weil ihr über eure berufliche Entwicklung nachdenkt. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert euer soziales Leben. Gespräche und Einigungen mit Freunden oder Leuten aus eurem Netzwerk kommen dann wieder in Gang. Und eine wichtige neue Energie bringt Mars, der am 24. in den Steinbock geht. Und zwar für sechs Wochen und da euren beruflichen Ehrgeiz anstachelt. Er zeigt anstrengende und anspruchsvolle Aufgaben und Entscheidungen an. Allerdings kann er euch auch gereizt machen und ihr neigt zum Konkurrenzdenken. Zum Glück hilft euch der Kosmos ab dem 6. Februar den Teamgedanken hochzuhalten. Ihr wisst dann, auf wen ihr euch verlassen könnt. Das waren eure Tendenzen im Januar und die könnt ihr in meinem PDF-Dossier mit allen Texten auch nochmal nachlesen. Gibt es auf meiner Homepage und das verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Für euch sind die Konstellationen ziemlich prickelnd, denn der Neujahrsneumond und die Venus-Pluto-Affäre stehen im anregenden Aspekt zur Stiersonne. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr das jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Bei euren Konstellationen habt ihr das Glück, dass sich die interessante Venus-Pluto-Affäre im günstigen Aspekt zu eurer Sonne abspielt. Auch Glücksplanet Jupiter in den Fischen steht nun bis zum 11. Mai super für euch. Und zwar jetzt im Januar, besonders für die erste Dekade, also für die April-Stiere. Ihr erhaltet Unterstützung aus dem Freundeskreis und auch beruflich kommen Leute mit guten Angeboten auf euch zu. Und wenn ihr in den letzten Tagen des Stierzeichens Geburtstag habt, empfangt ihr als Erste die segensreichen Schwingungen des Mondknotens, der ab dem 18. Januar für eineinhalb Jahre durch euer Zeichen läuft und euch zu Heldinnen und Helden der Zeitenwende macht. Stiertypische Werte wie Nachhaltigkeit, hochwertige Ernährung, Naturverbundenheit und Umweltschutz werden in den kommenden eineinhalb Jahren hoch im Kurs stehen. Der Neujahrsneumond im Steinbock am 2. Januar regt euch an, über neue Perspektiven in der Liebe und über eure Wünsche nachzudenken und vielleicht auch, welche Beziehungsformen ihr jetzt gerade bevorzugt. Ich kenne zum Beispiel zwei junge Stierdamen, die sich mit Freundschaft-Plus-Konzepten beschäftigen und offene Beziehungen pflegen. Alles kein Wunder mit den starken Einflüssen von Uranus, Venus und Pluto, die euch in der Liebe experimentierfreudiger machen. Wenn ihr glücklich liiert seid, könnt ihr Partner oder Partnerin in die Neumond-Meditation mit einbeziehen und gemeinsam Pläne machen, welche Vorhaben ihr im neuen Jahr zusammen verwirklichen wollt und vielleicht auch, wie ihr euer Liebesleben aufpeppen könnt. Stier-Singles auf der Suche scheinen gerade mächtig attraktiv auf potenzielle Flirtpartnerinnen und Partner zu wirken. Bedenkt nur bitte bei alledem, dass neue Affären, die unter dem Einfluss von der rückläufigen Venus, Pluto und dem Mondknoten entstehen, die Tendenz haben, euch tief hineinzuziehen, selbst wenn ihr das vielleicht gar nicht wollt. Umgekehrt kann es auch sein, dass eine Liebelei, die euch jetzt begeistert, in ein paar Wochen schon wieder ganz anders für euch aussieht. Nicht zuletzt kann ein Verflossener oder eine Verflossene wieder in eurem Leben auftauchen und euch gestehen, immer noch Gefühle für euch zu haben. Und was macht ihr dann, wenn ihr schon gebunden seid? Also es ist spannend, aber ihr solltet euch mit allem, was neu und noch in der Schwebe ist, nicht festlegen. Bei Beruf und Finanzen habe ich den Januar im Jahrbuch eher als kritisch für euch eingetragen. Das liegt eben daran, dass eure Herrscherin Venus rückläufig ist und die regiert auch Geld und Werte. Ihr solltet also vorsichtig sein mit Anlagen. Vor allem Währungen, fremde Märkte oder Geschäfte mit dem Ausland sind eher heikel. Wenn ihr Geld anlegen wollt, dann nur ganz konservativ und sicher. Noch besser wäre es, größere Geldgeschäfte auf den Februar oder März zu verlegen. Wenn ihr beruflich gleich wieder durchstartet, wird es wohl recht anstrengend. Die Anforderungen im Job können eure persönliche Freiheit einschränken und das mögt ihr zurzeit gar nicht. Dann gibt es nur eins, das ganze zeitlich aufteilen und Freizeit und Beruf strikt trennen. Am besten ihr erledigt im Job möglichst viel in der ersten Monatshälfte, denn am 14. Januar wird der Merkur rückläufig und danach gestaltet es sich bis zum 4. Februar langwieriger, Aufgaben abzuarbeiten. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar aktiviert erneut prickelnde Liebesthemen und auch große persönliche Perspektiven. Er kann euch bewusst machen, was ihr euch in der Liebe von einer Partnerschaft wünscht. Ab dem 20. Januar, wenn die Sonne in den Wassermann läuft, werden berufliche Themen wieder stärker aktiviert und dann müsst ihr mit neuen Anforderungen rechnen und vielleicht auch Entscheidungen treffen. Aber behaltet im Hinterkopf, dass Venus und Merkur noch rückläufig sind und sich eure Meinung oder auch die anderer nochmal ändern kann. Am 24. Januar geht der Mars in den Steinbock und bringt für sechs Wochen eine kraftvolle und produktive Phase. Er belebt auch eure Sinnlichkeit und Lust auf Erotik und auch euer Bedürfnis, Sport zu treiben und fit zu werden. Ab dem 25. Januar bekommt ihr einen interessanten spekulativen Finanzaspekt bis zum 5. Februar. Der ist aber nur was für Profis und Selbstständige. Im Job solltet ihr gegen Monatsende lieber Dienst nach Vorschrift machen und gewagte Finanzideen erstmal für euch behalten. Am 29. Januar wird die Venus wieder direktläufig und die Aspekte sind super, um in bestehenden Beziehungen Neues auszuprobieren oder auch um eine prickelnde neue Liebelei anzufangen. Das waren eure Tendenzen im Januar und die könnt ihr auch nochmal als PDF nachlesen. Das Dossier mit dem Monatszoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Bei euch aktivieren die Planeten den gesamten Partnerschaftsbereich. Mars im Partnerhaus, der Neumond, bei den festen Beziehungen. Es geht also hoch her. Was das bedeutet, schauen wir gleich. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr das jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen. Oh la la, die Venus-Pluto-Affäre stimuliert eure Lust, neue Dimensionen der Erotik auszuloten, vor allem wenn ihr schon eine Weile mit Partner oder Partnerin zusammen seid und euer Liebesleben etwas ruhiger geworden ist. Deshalb könnt ihr die Neumond-Meditation gut nutzen, um Ideen und Inspirationen zu erhalten, wie ihr das Begehren wieder anfachen könnt. Das wird wunderbar funktionieren, wenn ihr glücklich liiert seid. Es sind aber auch Herausforderungen denkbar. Wenn zum Beispiel jemand, mit dem ihr schon mal was hattet, wieder auftaucht, kann das zur Belastungsprobe werden, je nachdem, wie die aktuelle Beziehungssituation aussieht. Für die Singles unter euch bringt Mars Energie und Flirtchancen ins Partnerhaus. Mars symbolisiert meistens männliche Verehrer oder weibliche, die etwas vorschauer und maskuliner auftreten. Wundert euch nicht, wenn die euch necken und in Streitgespräche verwickeln. Das ist halt die Mars-Art anzubundeln. Ihr tut gut daran, solche Begegnungen, ob nun im Internet oder im echten Leben, erstmal unverbindlich anzugehen, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, denn die andere Person wird dadurch nur noch heißer. Aber es wird dann doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wie man so schön sagt. Und wenn ihr euch wirklich verliebt, dann schützt euch mit der 90-Tage-Regel. Erst nach Ablauf von drei Monaten zeigt sich, ob an der Sache wirklich was dran ist. Ihr habt ja immer noch Illusionsplaneten Neptun im schwierigen Aspekt und da gesellt sich jetzt auch der Jupiter dazu. Dann neigt man dazu, die falschen Leute zu vergöttern. Die sollen erstmal beweisen, ob sie es wirklich ernst mit euch meinen. Beruflich kann der Monat durchaus erfolgreich werden, denn Glücksplanet Jupiter, wenn auch im Spannungsaspekt, aktiviert für die nächsten vier Monate euer Karrierehaus. Das kann zum Beispiel eine Beförderung oder berufliche und finanzielle Vergünstigungen mit sich bringen. Wenn man euch jetzt im Januar solche Vorteile in Aussicht stellt, solltet ihr euch das gleich schriftlich bestätigen lassen. Wenn ihr verlässliche Strukturen habt und an bestehenden Projekten weiterarbeitet, könnt ihr außerdem die Kräfte von Businessplanet Saturn anzapfen, der günstig für eure langfristigen Vorhaben steht. Vorsichtiger solltet ihr mit allem sein, was neu an euch herangetragen wird. Unterschreibt Finanzvereinbarungen und Verträge möglichst erst ab dem 4. Februar oder prüft sie extra gründlich. Mündliche Absprachen solltet ihr auf jeden Fall schriftlich festhalten, zum Beispiel in einer Bestätigungs-E-Mail. Vom 7. bis zum 13. Januar ist eine Phase, in der lasst ihr euch womöglich von den Meinungen anderer provozieren oder beeinflussen und das kann zu Fehlern führen. Für einige von euch ist diese Phase auch kritisch für die Gesundheit. Es ist eine Tendenz zum Leichtsinn erkennbar. Die kann euch dazu verführen, Risiken einzugehen und euch Ansteckungsgefahren auszusetzen. Seid da lieber vorsichtig. Am 14. Januar wird der Merkur rückläufig bis zum 4. Februar. Das ist für euch eine heikle Rückläufigkeit, vor allem wenn es um Verträge und Verbindlichkeiten geht, die ihr zusammen mit anderen habt. Bevor ihr euch da etwas auf was Neues festlegt, spielt am besten auf Zeit, bis der Merkur am 4. Februar wieder direktläufig wird. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar ist besonders schön für alle Zwillingegeborenen, die spirituell und magisch arbeiten. Wenn ihr zum Beispiel jemanden aus der Vergangenheit, an dem ihr noch hängt, wieder in euer Leben rufen wollt, könnt ihr das zu diesem Vollmond mit einem Ritual probieren. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und bildet für die nächsten vier Wochen inspirierende Aspekte. Eure laufenden Projekte und Vorhaben erhalten dann Auftrieb. Auch euer Fernweh wird geweckt, aber die Reisesterne stehen ja schwierig. Ihr könnt aber schon mal Pläne für später machen. Am 29. Januar wird die Venus wieder direktläufig. Für die Festliierten ist das sehr schön, um ihre gemeinsamen Vorhaben umzusetzen. Und wenn ihr einen Flirt begonnen hattet, kann der sich nun weiterentwickeln und ihr könnt eine erste Tendenz erkennen, ob daraus mehr werden kann. Das waren eure Aussichten im Januar. Wenn ihr sie noch mal nachlesen wollt, es gibt das gesamte Monatshoroskop mit allen Zeichen als PDF-Dossier und ihr könnt es gegen einen Unkostenbeitrag auf meiner Homepage herunterladen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Für euch stehen die Liebessterne ebenso prickelnd und romantisch wie kompliziert. Aber viele von euch sind ja bei sowas in ihrem Element. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr es jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Bei euren Konstellationen spielt sich so ziemlich alles im Bereich Liebe und Partnerschaft ab. Und das ist ja euer Ding. Die Venus-Pluto-Affäre fällt bei euch ins Partnerhaus und ebenso auch der Neujahrsneumond im Steinbock am 2. Januar. Für alle Mondaktivitäten wie Rituale und Meditationen bietet sich deshalb das Thema Liebe und Partnerschaft an. Wenn ihr Single seid, macht eine Wunschmeditation, wen ihr in euer Leben ziehen wollt. Wenn ihr liiert seid, fällt euch sicher etwas dazu ein, wie ihr eure Beziehung noch intensiver und anschmiegsamer gestalten könnt. Für eine Reihe von Krebsen ist die Liebe zurzeit aber auch kompliziert. Vielleicht seid ihr verliebt, es kommt aber nicht so viel zurück, wie ihr euch wünscht. Oder das Objekt eurer Begierde hat sich ein bisschen zurückgezogen. Oder es meldet sich jemand aus eurer Vergangenheit, was alte Gefühle wieder hochkommen lässt. Singles haben romantische und leidenschaftliche Tendenzen, vor allem in der ersten Monatshälfte. Generell sind eure Flirtchancen von Januar bis Mai sehr gut. Seid jetzt im Januar trotzdem vorsichtig, wie weit ihr gehen wollt. Denn neue Affären können sehr intensiv werden, aber ihr könnt auch in etwas hineingezogen werden, was ihr eigentlich gar nicht wollt. Für alle Krebse gilt, dass Beziehungspartner großen Einfluss auf euch ausüben können und offenbar die Macht auf ihrer Seite haben. Das ist schön, wenn ihr einander komplett vertraut, dann könnt ihr euch fallen lassen, auch in neue Dimensionen der Erotik und Leidenschaft. Wenn ihr aber nicht happy seid, könnt ihr im Moment nicht viel ausrichten. Selbst eine Trennung wird schwierig, denn ihr kommt von der anderen Person wahrscheinlich nicht los. In dem Fall empfiehlt der Kosmos, freundlich sein und einfach mehr eure eigenen Wege gehen. Möglicherweise müsst ihr bis März abwarten, ehe ihr einen Schlussstrich ziehen könnt. Streitigkeiten könnt ihr vermutlich in den nächsten beiden Monaten nicht für euch entscheiden. Deshalb haltet so lange die Füße still. Manche Krebse suchen dann parallel einen anderen Partner, der ihnen beim Ausstieg helfen soll. Das kann aber auch ein sehr schwieriges Szenario werden und zu Eifersuchtsdramen führen. Besonders betroffen sind hier die Julikrebse. Aber wenn ihr im Juni Geburtstag habt, sorgt Mars ab dem 24. Januar für Drama und Leidenschaft. Also das gesamte Krebszeichen ist im romantischen Aufruhr und ich hoffe, ihr könnt damit gut umgehen und es im Endeffekt irgendwie genießen. Toll für euch ist, dass Glücksplanet Jupiter in den Fischen für die nächsten vier Monate traumhafte Romantik-Aspekte für euch bildet. Deswegen dürft ihr hoffen, dass auch heikle Situationen sich letztendlich zum Guten wenden werden und dass ihr in der Liebe das Glück auf eurer Seite habt. Zu den großen Gefühlen wird sicherlich auch der Vollmond im Krebs in der Nacht zum 18. Januar beitragen. Und der steht für euch sehr emotional. Lasst euch rund um diesen Vollmond nicht auf etwas ein, bei dem ihr euch nicht ganz sicher seid. Auch beruflich haben die Konstellationen ihre Auswirkungen. Die erste Monatshälfte ist vorteilhafter, da hilft euch Glücksplanet Jupiter, gute Vereinbarungen zu treffen. Die solltet ihr euch aber auch schriftlich bestätigen lassen. Wenn ihr euren Job gerne macht, besonders wenn es was Kreatives ist, habt ihr sicherlich einen guten Lauf. Aber wenn eure Vorstellungen oder Forderungen von denen der Kolleginnen oder Vorgesetzten oder auch Geschäftspartner abweichen, wird es schwer für euch, euren Standpunkt durchzusetzen. Vor allem bei finanziellen Vereinbarungen müsst ihr aufpassen, wenn Leute versuchen, Summen zu euren Ungunsten nachzubessern. In dem Fall spielt auf Zeit, zumal vom 14. Januar bis 4. Februar auch der Merkur rückläufig ist. Später im Februar habt ihr deutlich bessere Karten und noch bessere im März und die allerbesten im April. Und auch hier hilft euch der gute Jupiter-Aspekt von Januar bis 11. Mai, um zu eurem Recht und eurem Geld zu kommen. Am 24. Januar geht der Mars in den Steinbock und am 29. wird die Venus wieder direktläufig. Dann habt ihr beide Liebesplaneten noch bis Anfang März im Partnerhaus. Das ist eine sehr stürmische und verführerische Energie, doch dabei neigen eure Beziehungspartner wieder mal dazu, euch dominieren zu wollen. Ihr dürft euch dann nicht aus Leidenschaft oder geschmeichelter Eitelkeit auf Situationen einlassen, die euch nicht gut tun. Aber wenn die Basis von Vertrauen und Liebe stimmt, kann es sehr romantisch und leidenschaftlich werden. Das waren eure Tendenzen im Januar und ihr könnt sie auch noch mal nachlesen. Es gibt sie als PDF für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Der Neujahrs-Neumond passt zu eurem Jahresthema. Es gibt viel zu tun. Er fällt nämlich bei euch in den Bereich des beruflichen Alltags und der Gesundheit. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr das jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr zum Neumond im Steinbock am 2. Januar meditieren oder ein Ritual abhalten wollt, denkt doch über eure berufliche Situation nach. Zum Beispiel darüber, wie ihr eure Arbeitsumgebung verbessern könnt, sodass ihr euch richtig wohl fühlt. Viele Löwegeborene wollen selbst Chef oder Chefin sein, statt für jemanden zu arbeiten. Im Januar könnt ihr Schritte in diese Richtung gehen oder zumindest testen. Und wer schon auf eigene Verantwortung tätig ist, sollte nun sein Aufgabengebiet energisch erweitern. Wichtig ist, dass ihr selbst von dem begeistert seid, was ihr tut. Über all diese Dinge könnt ihr wunderbar zu Neumond nachdenken. Nur für Vertragsabschlüsse ist der Januar noch nicht so gut geeignet. Wenn möglich, solltet ihr neue berufliche Verträge und Vereinbarungen erst nach dem 4. Februar unterzeichnen oder zumindest ganz genau und in Ruhe prüfen. Ihr könnt euch zu diesem Neumond aber auch einem wichtigen Gesundheitsthema widmen. Vielleicht trefft ihr im kommenden Mondzyklus jemanden, den ihr bereits kennt und der euch beruflich oder auch gesundheitlich weiterhelfen kann. Für die Liebe habt ihr wahrscheinlich wenig Zeit, denn ihr seid eben beruflich stark gefordert. Auch die festangestellten Löwen haben wahrscheinlich sehr viel zu tun. Dennoch zeigt der Mars im Schützen an, dass ihr Lust auf Liebe und Erotik habt. Ist nur nicht gesagt, ob ihr damit auch zum Zuge kommt. Flirts und Partner scheinen mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt zu sein und wollen darüber mit euch reden. Dann müsst ihr schon all eure Verführungskünste einbringen, um sie abzulenken und ins Bett zu locken. Möglich auch, dass ihr einen Flirt im Berufsbereich am Laufen habt, der sich jetzt im Januar nicht so recht entwickeln will. Das liegt daran, dass die Venus dort rückläufig ist. Da ist dann Geduld gefragt. Wenn echte Gefühle im Spiel sind, kann das Ende des Monats wieder in Gang kommen. Fest liierte Löwen haben romantische Tendenzen, denn Glücksplanet Jupiter aktiviert nun für vier Monate den Bereich eurer verbindlichen Beziehungen. Außerdem begünstigt er die Erfüllung gemeinsamer Wünsche. Doch eure feste Partnerschaft kann eben darunter leiden, dass ihr beruflich so eingespannt seid. Die Sterne deuten auch an, dass euch jetzt im Januar Sport und Hobbys als Ausgleich besonders wichtig sind. Und es kann sein, dass sich eure Partner zurückgesetzt fühlen, wenn ihr euch mehr um euch selbst statt um sie kümmert. Nehmt euch doch in der ersten Monatshälfte nochmal extra Zeit, um auf euren Schatz einzugehen. Am 14. Januar wird der Merkur rückläufig und das spielt sich bei euch im Partnerhaus ab. Für den Rest des Monats raten die Sterne deshalb von komplizierten Beziehungsgesprächen ab. Da kann es zu Missverständnissen kommen. Außerdem steigen die Anforderungen im Job weiter, sodass ihr vielleicht auch private Verabredungen platzen lassen müsst, weil plötzlich euer Einsatz gefordert ist. Und dann ist es gut, wenn ihr vorher den Zusammenhalt gestärkt habt. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar beleuchtet nochmal die Berufs- und Gesundheitsthemen des Neumondes und kann auch eine überraschende Entwicklung mit sich bringen. Zum Beispiel ein lukratives Jobangebot. Dann müsst ihr gegebenenfalls schnell zuschlagen. Das kann eine gute Gelegenheit sein. Aber achtet darauf, dass ihr eine wasserdichte schriftliche Vereinbarung dazu bekommt, denn Venus und Merkur sind dann beide rückläufig. Privat kann es zu diesem Vollmond Stress mit einer Freundin geben, aber in Wirklichkeit braucht sie vielleicht einfach nur eure Hilfe und Aufmerksamkeit. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert dann für vier Wochen euer Partnerhaus. Bis Ende Januar könnte dann eine Beziehungsentscheidung anstehen, aber es wäre gut, wenn ihr die bis nach dem 6. Februar aufschieben könntet. Am 24. Januar zieht der Mars weiter in den Steinbock und bringt wahrscheinlich eine Menge neuer Arbeit. Vielleicht auch einen neuen Kollegen, an den ihr euch gewöhnen müsst. Am 29. Januar wird die Venus wieder direktläufig. Eure Arbeitsabläufe erhalten dann Schwung und ihr könnt auch richtig Spaß bei eurer Tätigkeit haben. Gesundheitlich wären die kommenden sechs Wochen günstig, um zum Beispiel eine schlechte Gewohnheit abzulegen und durch eine gute neue zu ersetzen. Das waren eure Tendenzen im Januar und ihr könnt sie auch nochmal nachlesen. Es gibt ein PDF mit dem Monatshoroskop für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Der Neujahrs-Neumond am 2. Januar aktiviert eure Vitalität und Lebensfreude und die Venus-Pluto-Affäre lässt es in der Liebe prickeln. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr es jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in eure Konstellationen und da gibt es eine ganz tolle Nachricht. Glücksplanet Jupiter befindet sich jetzt in eurem Partnerhaus und dort steht ja auch Neptun. Gemeinsam aktivieren die beiden jetzt bis Anfang Mai euer Liebesglück und bringen euch romantische Tendenzen. Der Neujahrs-Neumond im Steinbock am 2. Januar aktiviert außerdem eure Lust und den Wunsch, eurem Herzen zu folgen. Im gleichen Bereich wie der Neumond stehen auch Venus und Pluto und fördern intensive Liebesgefühle. Für die Meditation oder ein Ritual solltet ihr euch also etwas wünschen, zum Beispiel mehr Liebe und Lust in der Partnerschaft, Fortschritte bei einem wichtigen Herzensprojekt oder dass der Traumpartner kommen möge. Das kann übrigens auch jemand sein, den ihr bereits kennt. Und so mancher Liebeswunsch kann noch in der ersten Monatshälfte wahr werden. Manches dauert aber auch ein bisschen länger, die Venus ist ja noch rückläufig. Falls es in einer Liebesangelegenheit oder mit einem neuen Flirt gerade nicht weitergeht, kann sich das Blatt Ende des Monats wieder wenden. Zwischen dem 8. und dem 14. Januar gibt es allerdings eine kosmische Spannung. Da könntet ihr enttäuscht werden, vor allem, wenn ihr euren Kopf durchsetzen wollt oder zu ungeduldig werdet. Vielleicht auch, weil ihr jemanden zu sehr anhimmelt oder unrealistische Erwartungen hegt. Am besten, ihr lasst es einfach laufen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Sache ab Ende Januar zu euren Gunsten entwickelt. Es kann auch Unruhe bei euch zu Hause geben. Der Mars weist auf mögliche Konflikte mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern hin. Versucht, bei solchen Entwicklungen entspannt zu bleiben und lasst euch nicht provozieren. Dabei kann euch auch die 90-Sekunden-Regel helfen. 90 Sekunden tief durchatmen, ohne den Ärger gedanklich zu nähren. Danach könnt ihr euren Standpunkt in Ruhe vertreten. Das ist auch beruflich wichtig, denn private Auseinandersetzungen könnten euch viel Kraft kosten und euch ablenken. Dabei solltet ihr gerade jetzt in Bezug auf eure beruflichen Ziele hellwach sein. Sonst kann es passieren, dass Konkurrenten oder Mitbewerberinnen euch einen Aufstieg versprechenden Job oder ein prestigebringendes Projekt vor der Nase wegschnappen. Am 14. Januar wird zudem der Merkur in eurem Jobbereich rückläufig. Das kann mit dazu führen, dass ihr nicht mitbekommt, welche wichtigen Entscheidungen gerade getroffen werden. Insgesamt dauert die kritische Phase vom 4. bis 18. Januar. Aber wichtige Leute sind auf eurer Seite. Wenn ihr merkt, dass eine Situation aus dem Ruder läuft, besprecht euch mit denen, die können euch bestimmt helfen, die Situation besser einzuschätzen. Auch ein Gespräch mit dem Betriebsrat hilft weiter. Das gilt vor allem für die September-Jungfrauen. Wenn ihr im August Geburtstag habt, kommt ihr gut zurecht. Diejenigen mit Geburtstag in den letzten drei Tagen des Jungfrau-Zeichens haben mächtige Fürsprecher auf ihrer Seite. Übrigens können die Aspekte mit dem Mars über die Monatsmitte auch anzeigen, dass ihr gesundheitlich gut auf euch Acht geben müsst. Setzt euch bitte keinen Ansteckungsgefahren aus und seid super vorsichtig. Mit dem Vollmond im Krebs in der Nacht zum 18. Januar lässt die kosmische Spannung wieder nach. Aber seid rund um den Vollmond trotzdem aufmerksam und lasst euch nicht in Streitigkeiten hineinziehen. Denn dann sind wahrscheinlich viele Leute nervös. Die Konstellationen werden dann zum Monatsende hin immer besser. Am 24. Januar geht der Mars in den Steinbock und schenkt euch für die kommenden sechs Wochen eine kraftvolle und produktive Zeit. Er unterstützt euch bei euren beruflichen Vorhaben und ihr könnt neue Initiativen starten. Behaltet dabei aber im Hinterkopf, dass der Merkur noch bis zum 4. Februar rückläufig ist. Wahrscheinlich sind die neuen Vorhaben danach erst unterschriftsreif. Mars weckt außerdem eure Lust auf Liebe und Sinnlichkeit. Und weil am 29. Januar die Venus wieder direktläufig wird, steigen die Chancen auf schöne Zeiten in der Liebe. Flirts, die abgeflaut waren, können sich nun wieder beleben und in euren festen Partnerschaften steigt die Lust auf Kuscheln und Erotik. Diese tolle Phase dauert dann bis zum 6. März. Das waren eure Tendenzen im Januar und ihr könnt sie auch noch mal nachlesen. Das Monatshoroskop als PDF gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Und für den Umgang mit den Marskräften empfehle ich euch das PDF-Dossier zur 90-Sekunden-Regel. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vage-Geborenen und Vage-Ascendenten. Bei euch fällt der Neujahrs-Neumond vom 2. Januar in den Bereich des Familienlebens und eures Heims. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch eine Empfehlung für euch. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr es jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Eure Konstellationen für den Januar zeigen, dass familiäre Themen wichtig sind. Vielleicht steht auch kurzfristig oder überhaupt dieses Jahr ein Umzug an, über den ihr jetzt nachdenkt. Jedenfalls bieten sich diese Themen für die Neumond-Meditation und das Neumond-Ritual an. Auch denkbar, falls ihr euch schon immer einen Hausaltar oder einen Rückzugsraum einrichten wolltet, könnt ihr euch jetzt damit beschäftigen. Es kann aber auch gut sein, dass Familienkarma aus der Vergangenheit nun hochkommt, sei es ein altes Geheimnis oder Themen, die mit eurer Herkunft und eurer zukünftigen Entwicklung zu tun haben. Wenn ihr eine Patchwork-Familie habt, lernt ihr vielleicht nun weitere Mitglieder kennen, von denen ihr schon wusstet, denen ihr aber noch nicht begegnet wart. Auch mit diesem Familienthema könnt ihr euch beschäftigen und zum Beispiel in einem Ritual eure Ahnen anrufen, wenn ihr Hilfe braucht. Möglich auch, dass Geschwister und auch das Thema Auslandsreisen in dem ganzen Geschehen eine wichtige Rolle spielen, denn Mars und Lilith aktivieren diesen Bereich und sie bilden über die Monatsmitte Spannungen. Ihr verspürt einen starken Wunsch nach familiärem Zusammenhalt und gleichzeitig scheint es nicht einfach zu sein, das alles zu organisieren und mit allen in Harmonie zu sein. Am besten wäre es, wenn ihr versucht, Pläne so einfach wie möglich zu halten, zumal auch noch der Merkur am 14. Januar rückläufig wird. Die Spannungen erfassen auch den Gesundheitsbereich in eurem Horoskop und vielleicht seid ihr da unsicher bezüglich wichtiger Entscheidungen wie zum Beispiel Impfung oder dritte Impfung oder nicht oder Kinder impfen oder nicht, die Eltern besuchen oder nicht. All solche Sachen können euch beschäftigen, vor allem zwischen dem 6. und dem 18. Januar. Auch eure eigene Gesundheit kann etwas zart sein. Passt da bitte gut auf euch auf. Chiron steht ja weiterhin im Partnerhaus und einige von euch machen sich deshalb auch Sorgen um die Gesundheit ihres Partners oder Partnerin. Es kann sein, dass ihr zeitweise mit euren persönlichen Projekten zurückstecken müsst, um euch um euren Schatz zu kümmern. Eure Fürsorge und eure Geduld werden langfristig vom Kosmos belohnt. Das betrifft besonders die Oktoberwagen und die Waage-Ascendenten unter euch. Glücksplanet Jupiter aktiviert nun für die kommenden vier Monate den Bereich eures beruflichen Alltags. Das heißt, ihr erhaltet Unterstützung von Kolleginnen und Mitarbeitern, könnt erfolgreich sein und auch Verbesserungen eurer Arbeitssituationen sind möglich. Auch gesundheitlich kann das in den kommenden vier Monaten eine Wende zum Besseren bringen. Bei finanziellen Entscheidungen solltet ihr euch zurückhalten. Die sind im Januar mit der rückläufigen Venus nicht günstig. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, müsst ihr alle Details sorgfältig prüfen und alles durchrechnen. Auf euer Bauchgefühl ist im Januar nicht unbedingt Verlass. Das wird alles nach dem 4. Februar wieder besser, wenn auch der Merkur wieder direktläufig ist. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar kann eine interessante und überraschende Wende zum Guten in einer Familienangelegenheit bringen. Wenn ihr spirituell arbeitet, habt ihr interessante Konstellationen mit Lilith. Vielleicht könnt ihr sie in eurem Vollmondritual als innere Schamanin mit einbeziehen. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und bildet dann für vier Wochen angenehme Aspekte. Das ist dann auch für die Singles eine gute Phase, um zu flirten und Leute kennenzulernen, wobei das anfangs noch ein wenig langsam anläuft. Am 24. Januar betritt der Mars euren familiären Bereich im Steinbock. Er bildet dann für sechs Wochen einen etwas aufreibenden Aspekt zur Waagesonne. Vielleicht habt ihr dann Handwerker im Haus oder es steht eine Renovierung an und es kann Diskussionen darum geben, wie was gemacht werden soll und wer recht hat. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr euch gut absprecht und Sachen, die zu erledigen sind, gemeinsam in Angriff nehmt. Das ist die beste Art, mit dieser Marsenergie umzugehen. Und wenn ihr das hinkriegt, kann diese Zeit eure festen Beziehungen und euren Familienzusammenhalt stärken und vertiefen. Dabei hilft euch dann die Venus, die ab dem 29. Januar wieder direktläufig wird und gemeinsam mit Mars bis zum 6. März in der Familie für Schwung und Zusammenhalt sorgt. Das waren eure Tendenzen im Januar und ihr könnt sie auch noch mal nachlesen. Das PDF mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Legt Notizbuch und oder Smartphone bereit. Euch kommen in diesem Monat garantiert viele tolle Ideen, die euch das ganze Jahr noch nützlich sein können. Und Glücksplanet Jupiter ist auf eurer Seite. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr es jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Die beste Nachricht für euch ist sicher, dass Glücksplanet Jupiter nun bis zum 11. Mai einen superschönen Aspekt für euch bildet. Das verspricht günstige Gelegenheiten auf allen Ebenen. Zuspruch in der Liebe, tolle Flirtmöglichkeiten für Singles. Ihr kommt gut mit euren Herzensprojekten voran und auch für sportliche Aktivitäten erhaltet ihr Rückenwind. Davon profitieren im Januar besonders die Oktober-Skorpione. Und wenn ihr in den letzten Tagen des Skorpionszeichens Geburtstag habt, empfangt ihr ab dem 18. Januar die Schwingungen des Mondknotens, der dann für eineinhalb Jahre durch euer Partnerhaus läuft und die Chancen, einen Seelenpartner zu finden, signifikant erhöht. Der Neujahrsneumond am 2. Januar im Steinbock kann euch sehr inspirieren. In der Meditation könnt ihr bei allen wichtigen Vorhaben, Beziehungsangelegenheiten oder auch bei anstehenden Problemen um Eingebungen und Erkenntnisse bitten und ihr werdet welche erhalten. Notiert euch dann bitte gleich alles, auch Sachen, die scheinbar erst mal gar nichts damit zu tun haben. Die könnt ihr später bestimmt noch gebrauchen. Ideal ist der Neumond auch, um Anregungen zu erhalten, falls ihr gerade ein Buch schreibt oder beruflich mit Lernen, Coaching, PR oder Nachrichten zu tun habt. Haltet euch im Januar Zeiten zum Schreiben frei. Euch fällt eine Menge ein. In diesem Bereich seid ihr auch beruflich sehr erfolgreich. Wahrscheinlich fühlt ihr euch auch fit zum Verhandeln. Aber da rät die rückläufige Venus zur Vorsicht. Und auch der Merkur wird ja am 14. Januar rückläufig. Beides ist nicht so günstig für Vereinbarungen und Verträge. Und manche finanzielle Auseinandersetzung wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Das zeigt die Stellung von Mars im Geldhaus an. Betroffen sind vor allem Finanzprojekte, die ihr gemeinsam mit anderen habt. Vielleicht auch sowas wie eine Hauseigentümergemeinschaft. Die Finanzen in euren festen Beziehungen oder auch Sorgerechtsfragen können ebenfalls ein strittiges Thema sein. Da solltet ihr die Entscheidung nicht anderen überlassen, sondern zu eurem Standpunkt stehen oder zumindest auf Zeit spielen. Ab dem 4. Februar lässt sich wesentlich leichter eine Einigung erzielen. Für einige von euch kann es auch Belastungen in der Familie geben. Zum Beispiel, wenn ihr euch um ein älteres Familienmitglied kümmert. Besonders um die Monatsmitte herum wird es schwierig, soziale Termine mit Familien oder Wohnbedürfnissen unter einen Hut zu bringen. Da müsst ihr möglicherweise zurückstecken, um eurer Verantwortung gerecht zu werden. Aber weil euch diesen Monat die Ideen nie ausgehen und weil Jupiter euch großzügig macht, bekommt ihr das sicher irgendwie hin. In der Liebe gibt es weiterhin aufregende Impulse von Uranus und gleichzeitig animiert euch auch die Venus zu tiefschürfenden Liebesbotschaften. Wenn ihr ein Objekt der Begierde habt, wird es euch kaum widerstehen können. Singles können der Liebe im direkten Umfeld begegnen, deshalb haltet die Augen offen. Auch Verflossene können wieder Thema werden. Vielleicht verspürt ihr das Bedürfnis, euch bei jemandem zu melden oder erhaltet selbst unerwartet eine Botschaft aus der Vergangenheit. Einem Treffen seid ihr nicht abgeneigt, denn ihr seid im Januar ziemlich spontan. Die Festliierten haben komplexe Beziehungseinflüsse. Partner, vor allem aber Partnerinnen, scheinen mehr Freiraum zu wollen oder möchten ungewöhnliche Sachen mit euch ausprobieren. Warum nicht? Mit den aktuellen kosmischen Einflüssen tut ihr gut daran, euch auf die Ideen von Partnerinnen oder Flirtkandidaten einzulassen und ein wenig zu experimentieren. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar kann euch erneut geistig anregen und eignet sich wie auch der Neumond für ein schönes Ritual. Mit dem Übergang der Sonne in den Wassermann am 20. Januar werden für vier Wochen eure Familienthemen und auch die Verantwortung, die ihr dort habt, aktiviert. Schaut mal, was es da im Januar und Februar zu tun gibt und wie ihr euch dafür Zeit nehmen könnt. Am 24. Januar geht der Mars in den Steinbock und belebt für sechs weitere Wochen eure geistigen Kräfte und euren Ideenreichtum. In Verhandlungen wirkt ihr dann sehr überzeugend. Und weil die Venus am 29. wieder direktläufig wird, könnt ihr nun gut neue Verträge und Vereinbarungen einfädeln. Und ab dem 4. Februar gibt Merkur grünes Licht zum Unterschreiben. In der Liebe bleiben die Konstellationen weiterhin prickelnd und vielversprechend. Ihr bekommt sogar ein Liebeshighlight bis zum 6. März. Das waren eure Tendenzen im Januar. Und ihr könnt sie auch nochmal nachlesen. Das Monatsroskop gibt es als PDF für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Ihr startet kraftvoll ins neue Jahr, denn Powerplanet Mars schenkt euch viel Energie. Das heißt aber auch, dass es in eurem Liebesleben nicht immer nur sanft zugeht. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr es jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt erst mal die wichtigste Nachricht für euch. Euer Herrscher, Glücksplanet Jupiter, befindet sich nun bis zum 11. Mai in den Fischen und schenkt euch glückliche Momente im Bereich des Privatlebens, des Wohnens und der Familie. Allerdings ist es ein Spannungsaspekt. Das heißt, ihr müsst immer schauen, ob eure Vorhaben realistisch sind und ob beispielsweise in der Familie auch alle mitziehen. Der Neujahrsneumond im Steinbock am 2. Januar aktiviert bei euch Geld- und Finanzthemen. Und mit dem Mars in eurem Zeichen müsst ihr aufpassen, dass es keinen Streit ums Geld gibt. Am besten, ihr vertagt strittige Entscheidungen, denn im Januar wird es sowieso schwer, eine Einigung zu erzielen. Wenn ihr fest liiert seid, kann es Unstimmigkeiten geben, falls ihr euch etwas Teures kaufen wollt, das das gemeinsame Budget belastet. Möglich aber auch, dass euer Selbstwertgefühl zurzeit leidet. Fühlt ihr euch vielleicht nicht genug gewertschätzt? All solche Themen eignen sich sehr gut für die Neumond-Meditation, um mehr Klarheit zu erhalten oder um die Energie an die richtige Stelle zu leiten, die euch gut tut. Die Konstellationen für die Liebe und Begegnungen sind im Januar ziemlich prickelnd, denn der Mars aktiviert Lilith, die in eurem Partnerhaus steht. Das ist eine sehr sexy Konstellation. Das Ganze steht aber vom 6. bis zum 18. Januar in Spannung zu Verwirrungsplaneten Neptun. Deshalb könnt ihr wohl nicht immer so, wie ihr wollt. Und das kann auch an den neuen Corona-Beschränkungen liegen. Gut möglich, dass ihr nicht so viel Freiheit habt, wie ihr gerne hättet. Und das kann euch schon auch wütend machen mit der ganzen Mars-Power. Es kann aber auch eine romantische Verwirrung sein, weil das Objekt eurer Begierde noch gebunden ist. Oder seid ihr es selbst? Lilith kann es auch mit sich bringen, dass ihr oder euer Gegenüber Wahrheiten hinaus posaunt, die nicht jeder hören will. Wenn ihr selbst unbedingt etwas ansprechen wollt, überlegt euch vorher, was die Konsequenzen sein könnten. Es ist durchaus möglich, dass diese Auseinandersetzung nötig ist, aber es kann auch gute Gründe geben, den Ball erstmal flach zu halten. Das müsst ihr dann entscheiden. Unterstützung kommt von Freundinnen oder Freunden oder auch Geschwistern, sofern die nicht selbst betroffen sind. Mit deren Hilfe könnt ihr euch gedanklich und emotional sortieren. Gesundheitlich sind die Aspekte auch nicht ohne. Einerseits macht euch Mars kraftvoll und vital, andererseits zeigen die Aspekte vom 6. bis 16. Januar ein erhöhtes Infektionsrisiko und mit dem starken Mars kann euer Immunsystem überreagieren. Betroffen sind hier wohl vor allem die Dezember-Schützen. Beruflich habt ihr gute Ideen und seid sogar besonders gründlich bei der Arbeit. Trotzdem könnt ihr mit dem, was ihr zu sagen habt, anecken, wenn ihr es nicht sorgfältig und diplomatisch formuliert. Am 14. Januar wird zudem der Merkur rückläufig und in der Zeit bis zum 4. Februar müssen eventuell Vorhaben und Fakten nochmal gründlich geprüft oder auch revidiert werden. Trotzdem habt ihr in der zweiten Monatshälfte in der Arbeit einen besseren Lauf und euch werden vielleicht sogar finanzielle Verbesserungen in Aussicht gestellt. Falls ja, lasst euch das unbedingt schriftlich fixieren, da ist dann noch nicht das letzte Wort gesprochen. Am besten, ihr lehnt euch zurück und macht Dienst nach Vorschrift oder Urlaub. Nach dem 4. Februar wird es leichter, Ordnung in eure Finanzen zu bringen und im Job voranzukommen. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar beleuchtet wieder die Wertethemen vom Neumond. Vor allem kann er euch negative Glaubenssätze ins Bewusstsein bringen, die euch daran hindern, die Umsätze zu machen, die eigentlich möglich wären. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und steht dann für vier Wochen günstig für gute Ideen und Inspirationen. Vor allem, wenn ihr mit Wort und Sprache arbeitet, im Wissens- und Lernbereich und auch im Marketing. Schreibt alles auf. Noch ist die Zeit nicht reif, eure Ideen zu präsentieren, aber die kommt dann ab dem 4. Februar. Am 24. Januar geht der Mars in den Steinbock und aktiviert für sechs Wochen euren Finanzbereich. Ihr habt dann gute Aussichten, dass im Februar Gelder hereinkommen, die euch noch zustehen. Bis Monatsende bekommt ihr außerdem wertvolle Anregungen für eure Gesundheit, vielleicht sogar zur Heilung eines länger bestehenden Problems. Oder ihr nutzt einfach das letzte Januar-Wochenende, um ein bisschen Wellness zu machen. Das waren eure Tendenzen im Januar und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Monatshoroskop gibt es als PDF auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Freut euch auf vier Monate mit glücksverheißenden Aspekten von Wohltäter Jupiter. Gleich schauen wir in eure Konstellationen. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen möchtet, erhaltet ihr es jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Oder ihr wünscht es euch zum Geburtstag. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Glücksplanet Jupiter bildet jetzt aus den Fischen heraus für gut vier Monate günstige Aspekte, die euch inspirieren und Erfolg verheißen. Er verstärkt eure gute Kommunikation und unterstützt euch, wenn ihr mit Wort und Sprache arbeitet, bei Marketing und Verkauf, auch bei gesellschaftlichen und politischen Aktivitäten und bei öffentlichen Auftritten. Außerdem ist der Einfluss auch schön, um Liebesbotschaften zu verschicken und zum Flirten. Jetzt im Januar profitieren davon vor allem die Dezember-Steinböcke. Der Neujahrsneumond am 2. Januar ist der für euch wichtigste Neumond im ganzen Jahr und ihr solltet euch wirklich Zeit nehmen, zu meditieren oder auch ein Neumond-Ritual abzuhalten. Die Konstellation ist super für innovative Ideen und kann euch wunderbar inspirieren, Pläne für die Zukunft zu machen. Haltet Notizbuch oder Smartphone bereit, um aufzuschreiben, was euch einfällt. Für viele von euch geht es dabei auch um Liebe und Beziehungen. Vielleicht hat sich jemand aus der Vergangenheit gemeldet oder ihr selbst verspürt den Wunsch, mit jemandem nochmal Kontakt aufzunehmen. Wenn ihr euch dahingehend engagiert, ist das verbunden mit der Chance, aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit zu lernen. Ihr könnt die Neumond-Kräfte auch in spirituelle oder wohltätige Projekte einfließen lassen. Dafür stehen die Sterne sehr schön. Ein wichtiger Bereich sind auch Finanzthemen, zum Beispiel eine Revision eurer Werte und Besitztümer. Oder es geht um Selbstwertgefühl. Vielleicht habt ihr mit der rückläufigen Venus eine Zurückweisung erlebt und müsst die jetzt erstmal verdauen. Für all diese Themen könnt ihr die Neumond-Meditation nutzen, um eure Energien auf gute Ziele zu richten und euch zu zentrieren. Denkt dran, die rückläufige Venus kann euch Personen oder Gelder zurückbringen, die ihr verloren glaubtet. Und wenn ihr eine Absage erhalten habt, ist da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Mancher Steinbock hat unter dem Einfluss von Venus und Pluto auch eine heiße neue Affäre angefangen. Das kann sehr schön und intensiv sein, aber seid vorsichtig, falls euch mit der anderen Person außer Leidenschaft nicht viel verbindet. Denn es kann schwer werden, aus dieser Nummer wieder herauszukommen. Liebesaffären, die ihr jetzt beginnt, können lebensverändernd wirken. Wenn ihr glücklich liiert seid, könnt ihr neue Dimensionen der Erotik erleben und fühlt euch besonders innig verbunden. Andere nehmen euch als Powerpaar wahr und ihr erlebt großen Respekt für das, was ihr gemeinsam erschafft. Auf der praktischen Ebene symbolisiert die rückläufige Venus wohl auch, dass ihr aufgrund der aktuellen Covid-Maßnahmen sehr darin eingeschränkt seid, euren Geburtstag zu feiern. Ihr müsst euch auf einige wenige Leute konzentrieren und das ist dann wieder ein Anlass, über eure Beziehungen nachzudenken. Gesundheitlich müsst ihr aufpassen, wenn ihr Ende Dezember Geburtstag habt. Chiron zeigt, dass ihr euch anstecken könntet oder auch, dass Beziehungserlebnisse euch seelisch angreifen können. Seid bitte lieb zu euch selbst und zu anderen und gebt gut auf euch acht. Beruflich sind die Konstellationen günstig für kreative Steinböcke, besonders wenn ihr mit Wort und Sprache arbeitet oder im Wissens- und Lernbereich. Dann fällt euch eine Menge ein. Bei den Festangestellten kann es in der Zeit vom 6. bis 18. Januar Schwierigkeiten mit Kolleginnen geben, etwa weil man sich nicht über Vorgehensweisen einigen kann. Vielleicht braucht die betreffende Person aber einfach nur ein bisschen Unterstützung und Verständnis und schon geht es wieder. Am 14. Januar wird der Merkur rückläufig. Plant deshalb in den drei Wochen darauf für eure Vorhaben mehr Zeit ein und prüft Vertragsangelegenheiten besonders sorgfältig. Der Vollmond im Krebs in der Nacht zum 18. Januar fällt in euer Partnerhaus und kann euch bewusst machen, welche Beziehungen gut für euch sind und welche nicht. In der Nacht zum 20. Januar verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in den Wassermann. Sie aktiviert euer Finanzhaus und im Februar habt ihr gute Finanzsterne. Ab dem 24. Januar wachsen euch neue Kräfte zu, denn dann geht Powerplanet Mars für sechs Wochen in den Steinbock und das kurbelt eure Produktivität enorm an. Wenn die Venus am 29. Januar wieder direktläufig wird, beginnt eine prickelnde Liebesphase bis Anfang März. Dann seid ihr begehrt und Liebesangelegenheiten, die zum Erliegen gekommen waren, leben wieder auf. Das waren eure Tendenzen im Januar und die könnt ihr auch als PDF nochmal nachlesen. Das Monatshoroskop gibt es für eine kleine Gebühr zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Gleich schauen wir in eure Sterne. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr es jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Das wäre doch auch ein schönes Geburtstagsgeschenk. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Glücksplanet Jupiter aktiviert nun für die nächsten vier Monate den Finanzbereich eures Horoskops. Das heißt, Gelder kommen herein und neue Verdienstmöglichkeiten tun sich auf. Im Januar läuft das vielleicht noch langsam an, aber spätestens ab dem 4. Februar dürft ihr mit einem spürbaren Aufwärtstrend rechnen. Auch für euer Selbstwertgefühl und euren geistigen und spirituellen Reichtum ist das eine sehr günstige Energie. Der Neujahrsneumond am 2. Januar im Steinbock ist besonders schön für alle Wassermanngeborenen, die spirituell arbeiten, denn er aktiviert die Spiritualitäts- und Gesundheitsachse in eurem Horoskop. Ihr habt ja Saturn in eurem Zeichen stehen und das ist immer eine anstrengende Phase und die dauert jetzt noch bis März 2023. Der Neumond kann euch bewusst machen, was ihr braucht, um zwischendurch wieder zu Kräften zu kommen und ihr solltet ruhig schon mal überlegen, wann und wie ihr im kommenden Jahr mal ausspannen und euch zurückziehen wollt. Außerdem ermöglicht euch die Neumond-Konstellation, die innovativen Kräfte eures Herrschers Uranus anzuzapfen. Ist also auch sehr gut für geradezu erfinderische Ideen. Die können auch euer Heim und eure Wohnsituation betreffen. Einige von euch wollen sich hier bestimmt verändern, zum Beispiel durch einen Umzug oder eine Renovierung und auch dafür könnt ihr zu Neumond wichtige Impulse setzen. In eurem Beziehungsleben scheinen Freundschaften gerade eine große Rolle zu spielen. Es deutet sich eine Spannung in eurem Freundeskreis an. Dabei könnte es um Geld gehen. Verleiht jetzt lieber nichts an Freunde und borgt euch auch kein Geld im Freundeskreis. Vielleicht gibt es auch Streit und man fragt euch um eure Meinung. Am besten, ihr seid dann einfach da und hört zu, lasst euch aber nicht in die Sache hineinziehen. Möglich ist auch, dass aus einer Freundschaft eine Affäre oder ein Liebesverhältnis wird, was im Freundeskreis für einige Unruhe sorgen kann. Im Moment ist ja sowieso alles schwierig wegen der erneuten Kontaktbeschränkungen und ihr als freiheitsliebende Wassermanngeborene empfindet das wahrscheinlich als besonders unangenehm und überlegt vielleicht sogar, euch über gewisse Vorschriften hinwegzusetzen. Das könnte aber nach hinten losgehen. Vor allem zwischen dem 6. und dem 16. Januar solltet ihr wirklich vorsichtig sein und gut auf eure und die Gesundheit anderer Acht geben. Es ist tatsächlich eine erhöhte Ansteckungsgefahr in eurem Freundeskreis angezeigt. Wenn ihr fest liiert seid, seid ihr wahrscheinlich ganz happy damit, es euch daheim gemeinsam gemütlich zu machen. Für Alleinstehende spielt sich die Liebe jetzt eher innerlich und im Stillen ab. Vielleicht schwärmt ihr für jemanden, ohne dass im Außen viel passiert. Vielleicht hat sich ein Flirt aber auch zurückgezogen. Dann ist Loslassen und Abwarten am besten. Das Blatt kann sich Ende des Monats nochmal wenden. Beruflich habt ihr dank Mars viel Energie und mit Saturn in eurem Zeichen gibt es wahrscheinlich auch viel zu tun. Am besten funktionieren Projekte, für die ihr Selbstverantwortung habt und die bereits bestehen. Falls ihr neue Vorhaben anschieben wollt, tut das am besten noch in der ersten Monatshälfte. Am 14. Januar wird nämlich der Merkur bei euch im Zeichen im Wassermann rückläufig bis zum 4. Februar. Da sind dann Fehlentscheidungen und Missverständnisse möglich. Nehmt euch mehr Zeit als sonst, alle Fakten und Zahlen genau zu überprüfen. Ihr könnt die Phase aber nutzen, um aufzuräumen. Sortiert zum Beispiel mal Verträge oder Abos aus, die ihr nicht mehr braucht. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar beleuchtet erneut eure spirituellen Themen und auch Gesundheitsfragen. Am 20. Januar um 3.39 Uhr in der Früh geht die Sonne in den Wassermann und schenkt euch für vier Wochen gesteigerte Vitalität und Lebensfreude. Gut möglich, dass dann auch Einschränkungen gelockert werden und ihr euch wieder ein bisschen freier fühlt. Es sieht so aus, als würden sich Mitglieder oder Mitbewohner eine nette Überraschung für euch einfallen lassen. Bis zum Monatsende kann es noch einige Planänderungen bei euch geben. Am besten, ihr lasst das ganz spontan auf euch zukommen. Und ihr habt einen guten Heilungsaspekt. Falls ihr seelisch oder gesundheitlich Unterstützung braucht, werdet ihr die erhalten. Und wenn ihr zum Beispiel im Gesundheitswesen arbeitet oder Beratungen gebt, kommt große Dankbarkeit zurück, was euch wiederum gut tut. Das waren eure Tendenzen im Januar und die könnt ihr auch als PDF nochmal nachlesen. Das Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Herzlichen Glückwunsch zu eurem zwölfjährigen Jupiter-Hoch. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch eine Empfehlung. Wenn ihr gern euer persönliches Geburtshoroskop kennenlernen wollt, erhaltet ihr es jetzt schriftlich als PDF mit 30% Neujahrsrabatt. Dann könnt ihr euch auch gleich informieren, wo euer Geburts-Jupiter steht. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Glücksplanet Jupiter ist soeben in die Fische gegangen und beglückt bis zum 11. Mai euer gesamtes Zeichen. Und das passiert eben nur alle zwölf Jahre. Deswegen das zwölfjährige Jupiter-Hoch. Am besten, ihr legt direkt los mit allem, was euch wichtig ist und nutzt diesen kosmischen Rückenwind bis zum Mai. Im Januar profitieren vor allem die Fische mit Geburtstag im Februar von dem günstigen Jupiter-Einfluss. Gut möglich, dass ihr gleich zu Jahresbeginn attraktive neue Angebote oder Aufträge erhaltet oder jemand Nettes kennenlernt. Der Neujahrs-Neumond im Steinbock am 2. Januar aktiviert zusätzlich euer soziales Leben, Freundschaften und euer berufliches Netzwerk. Was ihr in diesem Jahr mit wem zusammen machen wollt, darüber könnt ihr zum Beispiel zu Neumond nachdenken. Auch wenn sich in eurem Bekanntenkreis etwas verändern soll, wenn ihr neue Allianzen bilden oder mit Menschen aus der Vergangenheit wieder Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das zum Thema machen. Im Januar ist es vielleicht noch ruhig, zumal es im Moment ja auch wieder mal Kontaktbeschränkungen gibt und die rückläufige Venus kann anzeigen, dass Leute sich nicht gleich zurückmelden. Oder es melden sich unerwartet Bekannte, von denen ihr schon lange nichts mehr gehört habt. Sollte im Januar noch nicht so viel los sein, macht euch deswegen auf jeden Fall keine Sorgen. Das wird sich spätestens ab Februar ändern. Dank Jupiter in eurem Zeichen habt ihr eine enorme Ausstrahlung und die Menschen suchen eure Nähe. Ihr braucht noch nicht mal viel dafür zu tun. Aber es lohnt sich natürlich, Gelegenheiten, die sich ergeben, zu pflegen und zu gestalten. Das gilt auch für die Liebe und neue Flirts. Die laufen im Januar erstmal langsam an, aber im Februar habt ihr dann schon das erste Liebeshighlight und es kommen noch viele in diesem Jahr. In festen Beziehungen würde sich im Januar eine gemeinsame Rückschau lohnen. Wofür könnt ihr dankbar sein? Worauf baut eure Beziehung auf und welche Sachen wollt ihr in Zukunft vielleicht auch gern verändern? Da könnt ihr jetzt gut hineinspüren und vielleicht noch gar nicht drüber reden, erstmal nur fühlen. Besonders romantisch und zärtlich sind die Tage vom 1. bis zum 10. Januar. Zeit zum Reden und Gestalten kommt dann im Februar. Auch beruflich profitiert ihr von den günstigen Schwingungen Jupiters. Grundsätzlich dürft ihr euch auf gute Erfolgsmöglichkeiten in diesem Jahr freuen. Eure Arbeit macht euch Spaß und wenn nicht, könnt ihr einen besseren Job finden und auch die finanziellen Aussichten sind gut. Im Januar habt ihr außerdem noch einen energischen Marsaspekt, der euch wahrscheinlich gleich einiges an Arbeit oder auch Aufträgen beschert. Etwas schwierig ist die Zeit vom 6. bis zum 17. Januar. Da müsst ihr mit harschen Ansagen aus der Chefetage oder von Auftraggebern rechnen. Manches ist bestimmt nicht berechtigt und dann müsst ihr euch überlegen, ob es sich lohnt, deswegen eine Auseinandersetzung zu riskieren. Aber falls ihr euch irgendwelchen unrealistischen Träumen hingegeben habt, wird euch das aufwecken. Dann seht es als Fingerzeig und Chance. Am 14. Januar wird der Merkur rückläufig bis zum 4. Februar und dann kommt ja häufig Sand ins Getriebe. In eurem Fall kann es zum Beispiel passieren, dass Entscheidungen hinter eurem Rücken getroffen werden, bevor ihr davon erfahrt und Einfluss nehmen könnt. Also haltet Augen und Ohren offen und plant auch für eure Vorhaben mehr Zeit ein. Verträge unterschreibt ihr im Idealfall erst nach dem 4. Februar, sonst prüft sie bitte vorher besonders sorgfältig. Der Vollmond in der Nacht zum 18. Januar steht günstig für euch und aktiviert eure Kreativpotenziale. Falls ihr ein Ritual macht, könnt ihr euch dabei auf neue Herzensprojekte konzentrieren. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann. Sie aktiviert dann für vier Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops und lädt euch zwischendurch zum Rückzug und zur Meditation ein. Am 24. Januar geht der Mars in den Steinbock und bringt euch eine angenehm produktive und effiziente Energie. Für die Liebe erhaltet ihr ab dem 25. Januar einen sehr prickelnden Aspekt und dürft dann zum Beispiel mit schönen Liebesbotschaften rechnen. Oder euch fallen auch selbst ganz tolle Sachen ein, mit denen ihr jemandem den Kopf verdrehen könnt. Am 29. Januar wird die Venus wieder direktläufig und beide Liebesplaneten stehen dann bis Anfang März sehr günstig für euch. Wenn ihr einen Liebespartner habt, ist eure Leidenschaft geweckt. Doch die Aspekte sind auch schöpferisch für kreative Fische und bringen neuen Schwung in euer soziales Leben. Viele soziale Angelegenheiten, die im Januar zum Erliegen gekommen waren, dürften dann wieder aufleben. Das waren eure Tendenzen im Januar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hier ist der Service-Teil mit den Terminen und der Verlosung. Auf meiner Homepage findet ihr im Horoskope-Shop meine Angebote an persönlichen Beratungen oder schriftlichen PDF-Horoskopen. Bei all diesen Produkten erfahrt ihr, welche kosmischen Einflüsse nicht nur auf euer Sternzeichen, sondern auch auf die anderen Planeten eures Horoskops wirken. Zum Jahreswechsel und zum Neujahrsneumond gibt es eine neue schöne Aktion und zwar 30% Neujahrsrabatt auf euer persönliches Geburtshoroskop als PDF. Damit habt ihr einen Überblick über die Stellung und Bedeutung aller Planeten und Aspekte eures Geburtshoroskops jetzt neu und verbessert, mit Inhaltsverzeichnis und übersichtlicher Planetenliste. Der Rabattcode ist wieder Sterne 2022 und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte. Der nächste Livestream ist am Donnerstag, den 6. Januar und darin wird es um Jupiter in den Fischen gehen. Außerdem erkläre ich euch auf vielfachen Wunsch, wie das Geburtshoroskop funktioniert und wie es für euch eine Grundlage sein kann, die Monatshoroskope besser zu verstehen und wie ihr die Bedeutung der Konstellationen entschlüsseln könnt. In meinen Livestreams gibt es ja auch immer ein Gewinnspiel und wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr euch vorher über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich habe noch einen interessanten Termin für euch. Am Freitag, den 14. Januar an meinem Geburtstag, halte ich einen Vortrag im Rahmen des Online-Seminars Trends 2022. Veranstalter ist Astrodata aus der Schweiz. An diesem Abend werden ab 19 Uhr Top-Astrologen über ihre Einschätzung zum neuen Jahr sprechen und mein Thema ist der Wechsel der Mondknotenachse in die Zeichen Stier und Skorpion. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt und den Link zur Veranstaltung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir kommen zur Verlosung im Januar. Zu gewinnen gibt es diesmal ein persönliches Geburtshoroskop. Und so nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar. Zum Beispiel, ob und wie meine Vorhersagen euch weiterhelfen oder welche Themen euch besonders interessieren. Das Kanal-Abo hat außerdem den Vorteil, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder live streame. Wer gewonnen hat, das erfahrt ihr im Monatsvideo für den Februar. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch natürlich das Jahreshoroskop und die kosmische Schwingung des Jahres 2022 und außerdem das Video zum Neujahrsneumond im Januar. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und dass wir die anstehenden Herausforderungen gemeinsam meistern. Alles Gute mit den Sternen!